Hi, Penner im Auto hier. Ich heiße Tobias und lebe seit zwei Jahren in meinem selbstgebauten Camper. Heute möchte ich mit euch über das Thema Strom beim Camper reden. Ich möchte euch dabei meine Sicht der Dinge erklären und verraten, wie ihr genau herausfindet, welche Dimensionen ihr benötigt. Also wie viel Strom ihr braucht, was beim Einbau zu beachten ist, wie ihr herausfindet, welche Geräte ihr euch bestellen müsst und wie die Praxis dann am Ende letzten Endes aussieht. Ja, fangen wir direkt mal an. Nehmen wir an, ihr wollt jetzt euer Fahrzeug bauen oder schauen, woran es euch an eurem jetzigen Fahrzeug mangelt. Zuallererst müsst ihr herausfinden, wie viel Strom ihr überhaupt benötigt. Dazu habe ich mir direkt am Anfang, bevor ich mit dem Ausbau anfing, ein Strommessgerät gekauft, das man zu Hause einfach zwischen die Steckdose und dem Verbraucher klemmen kann, also zum Beispiel dem Laptop, und dann ganz bequem ablesen kann, wie hoch der Verbrauch ist. So kam dann an jedem Gerät bei mir ein Notizzettel dran mit der sogenannten Wattzahl. Das ist dann der erste Indikator, der euch sagt, wie ihr eure kleine Stromanlage ausrüsten müsst. Doch was genau bedeutet Watt eigentlich? Dazu müssen wir ein wenig in die Theorie. Es gibt beim Strom drei Werte, die zu beachten sind. Diese werde ich jetzt hier sehr simplifiziert beschreiben. Ich hoffe, mein ehemaliger Professor der Elektrotechnik hört nicht zu. Man kann sich vorstellen, als würde man Wasser durch eine Leitung fließen lassen. Zuerst gibt es den Wert Volt. Das ist die elektrische Spannung. Das ist quasi wie der Druck des Wassers, der in der Leitung herrscht. Beim Auto hat man zum Beispiel 12 Volt. Das ist relativ wenig und für Autos vorgeschrieben, damit bei einem Unfall nicht zu große Stromspannungen gefährlich werden können. Je höher die Spannung, also der Druck, desto eher überspringt da zum Beispiel die Luft und kann dann kleine Funken bilden. Das ist in Kombination mit Benzin dann natürlich eine doofe Sache. Deswegen bei Autos 12 Volt. Blitze zum Beispiel, die man vom Himmel kennt, haben eine Spannung von mehreren Millionen Volt. Elektroschocker haben zum Beispiel tausende Volt und bei der Steckdose zu Hause sind es zum Beispiel 230 Volt. Das sollte man nicht unterschätzen. Das ist auch schon sehr viel und kann unter Umständen schnell tödlich werden. Den nächsten Wert, den ich euch vorstellen möchte, ist der Wert Ampere. Das ist quasi, man kann sich das vorstellen wie die Menge an Strom oder bei unserem Beispiel die Menge des Wassers, die durch die Leitung fließt. Also zum Beispiel ein Wasserhahn hat quasi wenig Ampere. Da kommt ein bisschen was raus. Oder am Ende eines Dams gibt es enorm viele Ampere. Da kommen Unmengen an Wasser raus, die auch schnell gefährlich werden können. Und dann gibt es noch den dritten und letzten Wert und das ist Watt. Das ist das, was wir vorhin mit unserem Strommessgerät nachgemessen haben. Watt ist sozusagen die gesamte Energie, die sich aus Volt und Ampere zusammensetzt. Also quasi aus dem Druck und der Menge an Wasser. Dabei gibt es verschiedene Kombinationen. Man kann zum Beispiel viel Volt und wenig Ampere haben, was eine große Energie hat. Also das ist, als ob man einen winzig kleinen Wasserstrahl mit extrem hohem Druck schießt. Sowas hat ja auch viel Energie. Oder man kann auch viel Ampere, aber sehr wenig Volt haben, das dann letzten Endes sehr viel Energie hat. Das ist zum Beispiel, wie wenn riesige Wassermengen nur sehr langsam bewegt werden. Wie bei einer Welle am Strand. Sowas kann einen auch umhauen. Also sowas kann auch sehr viel Energie haben. Beide Beispiele haben viel Energie. Und diese wird beim Strom halt als Watt bezeichnet. Und genau diese Wattzahl, also die Energie, die unsere Geräte benötigen, müssen wir messen, um herauszufinden, wie groß unser Energieverbrauch letzten Endes ist und wie groß wir dementsprechend unsere Stromanlage dimensionieren. Ich zum Beispiel habe beim Nachmessen bei mir zu Hause als großen Verbraucher meinen Laptop mit durchschnittlich 50 Watt gemessen. Das schwankt immer ein bisschen, je nachdem, ob der Laptop gerade viel zu arbeiten hat. Meinen großen Monitor habe ich mit 30 Watt gemessen. Und von der Beschreibung meiner Heizung, die ich mir ins Auto reingebaut habe, habe ich erfahren, dass diese auch gerne mal bis 40 Watt verbrauchen kann. Die Geräte laufen natürlich nicht den ganzen Tag durch. Deswegen habe ich mich am Ende für ein Solarpanel mit 200 Watt entschieden. Das war ganz am Anfang, als ich das Auto gebaut habe. Alle anderen Geräte wie Lampen oder die kleinen Aufladestationen für Handys oder die kleinen Ventilatoren, die überall in meinem Auto verteilt sind, die verbrauchen sehr wenig, in der Regel 2 Watt oder noch weniger. Die habe ich dann dementsprechend einfach nicht beachtet, weil das ist... Ich meine, Kleinvieh macht auch Mist, aber das habe ich einfach mal gar nicht beachtet. Das nächste, was wir herausfinden müssen, um zu wissen, wie wir unsere Stromanlage bauen, ist die passende Größe der Batterie. Wie findet man das heraus? Wenn man online mal nachschaut, bemerkt man irgendwann, dass diese Batterie immer in Ampere-Stunden beschrieben wird. Das ist die Abkürzung großes A, kleines H. Ampere-Stunden, das bedeutet quasi Wasserdruck pro Stunde. Was fangen wir damit an? Ähm, das ist gar nicht so kompliziert. Nehmen wir meine Batterie als Beispiel. Ich habe eine 120 Ampere-Stunden-Batterie. Wir wissen ja, dass die Batterie mit 12 Volt läuft. Das bedeutet, wenn ich jetzt 12 Volt mal 120 Ampere-Stunden rechne, bekomme ich 1440 Watt-Stunden. Doch was heißt das eigentlich? 1440 Watt-Stunden bedeutet, dass die Batterie so groß ist, dass ich für eine Stunde einen Staubsauger mit 1440 Watt betreiben könnte. Oder zum Beispiel einen Staubsauger mit halb so viel Power für zwei Stunden. Also einen 720 Watt-Staubsauger für zwei Stunden. Jetzt kann ich aber auch Folgendes errechnen. Da mein Laptop nur 50 Watt verbraucht, bedeutet das, ich könnte rein theoretisch diesen ohne meine Batterie aufzuladen für 28 Stunden betreiben. So was können wir uns jetzt schon errechnen. Aber, ein Wort der Warnung, da spreche ich später nochmal drüber. In der Praxis sieht das leider nicht so aus. Da kommen noch ein paar Faktoren dazu, die werde ich später alle beschreiben. Und da rede ich auch in anderen Videos des Öfteren darüber. Das ist ganz normal beim Vanlife. So, so könnt ihr euch also ungefähr schon mal errechnen, wie groß eure Batterie werden soll. Was wir jetzt auch schon herausfinden können, ist, wie lange die Solarpanel zum Beispiel brauchen, um die Batterie komplett aufzuladen. Da die Batterie 1440 Wattstunden fasst und der Solarpanel 200 Watt hat, müsste dieser rein theoretisch etwas über sieben Stunden brauchen, um die Batterie komplett aufzufüllen. Das ist natürlich auch sehr interessant zu wissen. An dieser Stelle noch zum Thema Solar zur Batterie, muss ich auch noch kurz sagen, dass man dazwischen einen Laderegler benötigt. Man kann die Solarpanel rein theoretisch direkt an die Batterie anschließen, aber das ist ziemlich ineffektiv. So ein Solaregler, das ist ein Gerät, das aufpasst, dass die Batterie nicht überladen wird und einem Infos über die Ladung der Batterie gibt. Und wenn man sich sogar einen sogenannten MTTP-Laderegler holt, was ich sehr empfehle, da das sozusagen ein intelligenter Regler ist, dann wird die Batterie noch effektiver geladen. Mein MTTP-Laderegler kostete keine 50 Euro. Jetzt haben wir schon so viel durchgekaut, dass ihr im Prinzip alles für eure Zwecke wisst und auch schon bestellen könntet und losbauen könntet. Das ist schon mal gut. Doch bevor wir behaupten können, dass wir uns absolut mit der Materie auskennen, gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die sehr wichtig sind und über die kaum jemand spricht. Und zwar geht es zunächst um die sogenannten Wandler. Folgendes. Die Batterie läuft mit 12 Volt. Mein Monitor zum Beispiel läuft jedoch mit 230 Volt. Also kann ich den Monitor nicht einfach an die Batterie anschließen und mit ihm arbeiten, da sie unterschiedliche Voltzahlen haben. Dazwischen muss noch ein Wandler hin, der von 12 Volt auf 230 Volt umwandelt. Bei Campern kennt man diese auch unter dem Begriff Inverter. Okay, cool. Das ist schön und gut. Doch was kaum einer anspricht ist, dass diese Wandler ein ganzes Stück vom umgewandelten Strom selber fressen. Das heißt, wenn der Wandler meinen 40 Watt Monitor versorgen soll, kann er gerne auch 50 Watt dafür benötigen. Es kommt dabei immer auf den Wandler an. Jedoch sollte man immer grundsätzlich versuchen, so wenig Wandler wie möglich im eigenen Stromkreis zu verwenden. Deswegen baut man sich bei den Lampen zum Beispiel immer gleich 12 Volt Lampen ein und keine 230 Volt Glühbirnen aus dem Haushalt, die mit einem Wandler verbunden sein müssen. Das würde eure Batterie nämlich fürchterlich schnell leer machen. Die Ventilatoren, die ich zum Beispiel verbaut habe, sind auch mit 12 Volt betrieben. Diese kommen aus der Computertechnik und dort wird zufällig ebenfalls 12 Volt verwendet, was natürlich für unsere Zwecke perfekt ist. Nach diesem Kriterium habe ich diese Ventilatoren gefunden. Noch eine weitere Sache, auf die man achten muss, ist der Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom. Das muss man unbedingt kennen. Was bedeutet das denn? Der Strom, der aus der Steckdose von zu Hause herauskommt, wechselt ständig seine Richtung. Er wird in Kraftwerken mit großen Generatoren produziert, die die technische Eigenschaft haben, dass der Strom immer hin und her geschoben wird. Also Plus und Minus, wie bei der Batterie, gibt es hier nicht. Deswegen ist es auch egal, warum man zum Beispiel den Stecker in die Steckdose steckt. Oder vielleicht hast du mal davon gehört, dass der Strom mit 50 Hertz aus der Steckdose kommt. Das hat ebenfalls damit zu tun. Das nennt man nämlich Wechselstrom. Bei Batterien jedoch ist das nicht so. Da fließt der Strom kontinuierlich in eine Richtung. Das nennt man dann Gleichstrom. Und das ist quasi eine komplett andere Technik. Man kann keine Gleichstromgeräte mit Wechselstrom betreiben. Der Inverter oder der Wandler, der von 12 Volt zu 230 Volt umwandelt, den wir vorhin angesprochen haben, der macht das zum Beispiel automatisch, dass er neben der Volt Änderung ebenfalls 12 Volt Gleichstrom auch zu 230 Volt Wechselstrom umändert. Damit man halt die Wechselstromgeräte, die man zu Hause immer betreibt, auch dort betreiben kann. Okay, das war jetzt alles ganz viel fürchterliche Theorie. Doch das alles ist essentiell, um sich auszukennen und sicher zu sein, was man benötigt und wie das alles so funktioniert und was das alles eigentlich bedeutet. Und auch abgesehen vom Camperbau ist es sehr nützlich. Jetzt könnt ihr zum Beispiel für den Rest eures Lebens herausfinden, wie viel Stromgeräte verbrauchen, wie gefährlich sie sein können oder welche Geräte miteinander verbunden werden können. So, aber kommen wir jetzt endlich zur Praxis. Denn die ganzen Zahlen sind im Idealzustand schön und gut. Doch für gewöhnlich befindet man sich nie im Idealzustand. Besonders nicht da draußen. Es scheint zum Beispiel nicht dauerhaft die Sonne und auch die Batterie neigt dazu, mit der Zeit an Kapazität oder an Kraft zu verlieren oder in gewissen Umständen nicht richtig zu funktionieren. Und mit zwei Jahren Erfahrung kann ich euch alles darüber berichten. So, dass ihr ganz genau wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr euch eure Anlage holt. Fangen wir an mit den Solarpanelen. Wie gesagt, scheint nicht immer die Sonne. Für mich hat das Gefühl zur Ursache, dass das volle Aufladen der Batterien nicht sieben Stunden dauert, sondern eher doppelt so lange. Auch spielt hierbei der Winkel der Sonneneinstrahlung eine Rolle. Ich habe Camper gesehen, die haben eine Neigevorrichtung, womit sie die Solarpanel schön in Richtung Sonne neigen können. Das ist auch der Grund, warum Solarpanel auf Häusern zum Beispiel immer schräg sind. Doch wegen meines Stealth-Campers konnte ich das natürlich nicht machen. Das wäre viel zu auffällig. So musste ich nach einem Jahr die Solarpanel mit zwei weiteren bestücken und habe sie von 200 Watt auf insgesamt 500 Watt erhöht. Jetzt ist die Batterie fast nie unter 50 Prozent. Das ist eine Sache, die erfährt man erst, wenn man selber so eine Anlage hat. Und auch die Batterie an sich hat sich verändert. Es gibt unterschiedliche Arten von Batterien. Man sollte darauf achten, dass man sich auf jeden Fall eine Solarbatterie holt und nicht zum Beispiel eine normale 12 Volt Autobatterie. Autobatterien haben nochmal in sich eine andere Technik und eignen sich nicht zum Betrieb von normalen Geräten, wie es die Solarbatterien können. Darunter gibt es noch viele verschiedene Techniken wie Bleibatterien, Bleigelbatterien und Lithiumbatterien. Pure Bleibatterien solltet ihr gar nicht holen. Die sind veraltet und ich verstehe nicht, warum diese immer noch auf dem Markt erhältlich sind. Bleigelbatterien jedoch sind quasi die normalen Batterien. Solche eine habe ich mir auch zugelegt. Dann gibt es noch die Lithiumbatterien. Das sind definitiv die besten, die man sich holen kann. Diese kosten jedoch auch mehr als das Dreifache, glaube ich. Also wenn ich mir die 120 Amperestunden als Lithium geholt hätte, ich glaube, da wäre ich bei 600 bis 800 dabei gewesen. Und meine 120 Amperestunden habe ich mir für, glaube ich, auch 120 Euro gekauft. So, jetzt zu meiner Erfahrung mit meiner Bleigelbatterie. Das erste, was ich bemerkt habe, ist, dass die Leistung bei Kälte deutlich spürbar fällt. Wenn die Temperatur gegen 0 Grad geht, hält sie einfach nicht mehr so lange. Und es ist für sie auch schwieriger, Strom aufzunehmen. Das ist normal bei denen. Da sind die Lithiumbatterien zum Beispiel deutlich besser drin. Es gibt manche, die isolieren die Batterien noch mit dem Amaflex, also versuchen sie vor die Kälte zu schützen. Rein theoretisch sollte das auch funktionieren, da die Batterie selber beim Betrieb auch ein kleines bisschen Wärme generiert. Und so würde man rein theoretisch die Batterie ein wenig warm halten. Ich selber habe das aber nicht getestet, da ich auch so gut klar kam und mir nach Auseinandersetzung des Themas nicht vorstellen konnte, dass das allzu viel bringt. Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal testen. Nächstes Jahr wollte ich mir neue Batterien holen, dann gleich zwei Stück und da werde ich das mal probieren mit der Isolierung. Ja, und so achte ich dann einfach momentan immer darauf, dass die Batterie halt weniger Speicher hat, wenn es mal kalt wird. Das lässt sich so auch ganz okay ertragen. Doch das größte Problem, das ich bisher bemerkt hatte, war, als ich bei schlechtem Wetter oft am Laptop saß und die Batterie im leeren Bereich beansprucht wurde. Batterien sollte man möglichst nicht so in dem leeren Bereich nutzen, da dies ein empfindlicher Zustand für sie ist. Ich weiß noch, da war ich an der Nordsee und habe zwei Tage am Stück am Laptop gearbeitet, weil es draußen geregnet hatte. Und da hatte ich mich noch super gewundert, wie viel die Batterie aushält. Solche Bleigel-Batterien halten auch im entladenen Zustand mehr aus. Doch danach musste ich feststellen, dass sie nicht mehr dieselbe Kapazität hat. Die hat halt davon echt einen weggetragen. Und um daraufhin seltener Gefahr zu laufen, sie in diesem leeren Bereich betreiben zu müssen, habe ich mir vor meiner Schwedenreise die zusätzlichen Solarpanel installiert. Seither kann ich wieder sorglos mit Strom umgehen, da sie sich schneller auflädt und halt eben nicht mehr so oft im leeren Bereich ist. Was dabei auch hilft ist und was auch automatisch kommt mit der Zeit ist, dass man sich einfach daran gewöhnt, den Stromverbrauch bei fehlender Sonne ein wenig einzuschränken. Deswegen habe ich in anderen Videos auch immer gesagt, dass man der Sonne quasi hinterherfahren sollte. Wenn ich zum Beispiel mit meinem jetzigen Setup bei Winter und trübem Wetter irgendwo stehe, verliert die Batterie allein wegen der Kälte so viel Strom und holt wegen dem trüben Wetter so wenig hinein, dass sie sich fast von alleine entlädt. Da muss ich dann immer sehr vorsichtig sein. Um jetzt mal einen Strich drunter zu ziehen, würde ich grundsätzlich sagen, dass ihr vor euren Gebrauch das Doppelte an Solarpanel holen solltet, wie ihr euch theoretisch errechnet habt. Dann habt ihr auf jeden Fall genug Spielraum, um auch mal bei schlechtem Wetter längere Tage klar zu kommen. Das war jetzt aber noch nicht alles. Es gibt noch ein paar kleine praktische Tricks, die ich euch verraten will. Das erste, das ich erwähnen will, ist, dass ich viel zu spät einen Notausschalter installiert habe, der sämtliche Verbraucher von der Batterie trennt. Wenn ich diesen umlege, dann gibt es keine Lampe, keinen Ventilator und keine Steckdose mehr, durch die Strom fließt. Nur noch die Solarpanel und der Ladebooster sind an der Batterie angeschlossen, sodass nur noch Strom reinkommt und nichts mehr raus. Diesen lege ich dann gerne um, wenn ich zum Beispiel irgendwo spazieren gehe und wirklich volle Kanne die Batterie laden will. Denn die ganzen Kabel, die ihr euch durch das Auto zieht, verbrauchen auch ein wenig Strom. Alleine dadurch, dass sie angeschlossen sind. Und glaubt mir, es kommen schnell mal eben 50 Meter Kabel ins Auto. Da ist dann so ein Notausschalter sehr praktisch und gibt einem einfach ein gutes Gefühl. Auch im Winter, wenn ich bei jemandem im Haus sitze, lege ich dann den Notschalter einfach um. Da weiß ich, dass die Batterie einfach auf der sicheren Seite ist. Die zweite Sache, die ich empfehle, ist ein Ladebooster. Das habe ich vorhin schon erwähnt. Es gibt viele Fahrzeuge, die grundsätzlich nur mit dem Ladebooster laden und keine Solarpanel haben. Ich wiederum hatte mir eigentlich eingeplant, nur Solarpanel zu benutzen, aber keinen Ladebooster. Aber ich habe mir dann doch einen eingebaut. Und zwar habe ich meinen selten benötigt. Doch wenn man mal wirklich in einem Notfall ist, dann ist es ein wirklich hervorragendes Gerät. Der Ladebooster benutzt nämlich den Stromgenerator des Motors, um die Solarbatterie aufzuladen. Falls ihr wirklich mal keine Sonne und keinen Strom habt und arbeiten müsst, so könnt ihr euren Motor einschalten, den Ladebooster aktivieren und schon habt ihr für unzählig viele Stunden grenzlos Strom. Also rein theoretisch, bis euch der Sprit alle geht, ne? Und noch schon mal als Tipp voraus, wenn man sich solch einen Ladebooster einbaut, dann muss man ein Kabel vorne zur Lichtmaschine ziehen, damit der Ladebooster weiß, wann er Strom beziehen kann. Dieses Kabel habe ich bei mir mit einem Schalter versehen, damit ich den Ladebooster jederzeit ein- und ausschalten kann. Hat man den nämlich beim Fahren dauerhaft an, so verbraucht das messbar mehr Sprit. Und da ich wusste, dass es für mich in der Regel nicht von Nöten ist, wollte ich den unbedingt selber kontrollieren können. Also solch ein Schalter dazwischen ist schon echt nett. Was man dann noch eigentlich auf jeden Fall zum Thema Strom ansprechen muss und worüber Leute selten reden, ist die Dicke des Kabels. Weißt du noch, wie ich am Anfang von Volt und Ampere sprach, also von dem Druck und der Menge des Wassers? Nun, zu Hause an der Steckdose gibt es viel Volt, also einen sehr hohen Druck, dafür aber wenig Ampere, also wenig Menge, die durch die Kabel fließt. Deswegen müssen die Kabel nicht unbedingt dick sein, obwohl man dort Staubsauger und stromfressende Elektroheizungen betreiben kann. Beim Auto jedoch sind es nicht ganze 230 Volt, sondern nur 12 Volt. Der Wasserdruck ist also sozusagen viel, viel geringer. Um dennoch dieselbe Energie zu haben, muss die Amperezahl, also die Wassermenge, wesentlich höher sein. Deswegen müssen auch die Leitungen unbedingt viel größer dimensioniert sein wie zu Hause. Sonst besteht Brandgefahr. Man kann sich das vorstellen, wie wenn man versucht, mit Gewalt große Mengen an Wasser durch einen Strohhalm zu jagen. Nur, dass der Strohhalm nicht zerreißt, sondern einfach nur extrem heiß wird. Das ist auch das Prinzip einer Glühbirne, da ist im Prinzip ein dünner Draht drin, der extrem heiß wird, weil da so viel Strom durchgejagt wird. Nur ist der Draht der Glühbirne mit feuerfestem Gas ummantelt. Das Kabel, das durch euren Camper läuft, jedoch nicht geschützt und kann alles drumherum anzünden. Deswegen ist es wichtig, Kabel zu nehmen, die dick genug sind und nicht heiß werden. Also gut, wie groß müssen die Kabel denn werden? Nun, ich weiß nicht, ob ihr schon mal bei euch zu Hause so ein Kabel in der Wand gesehen habt. Die sind meistens so 1 bis 2 Millimeter dick. Doch wenn man bedenkt, dass die Voltzahl im Camper nur 5% von dem Strom von zu Hause beträgt, heißt das, dass im Camper für die gleiche Leistung ein 20 Mal so dickes Kabel vorhanden sein muss. In der Regel bedient man sich dort an 16 Quadratmillimeter dicken Kabeln. Das habe ich bei mir zum Beispiel an allen wichtigen Stellen gemacht. Nichts wird bei mir warm. Und bei Sachen wie kleinen Lampen oder Ventilatoren habe ich dann eben die dünnen, üblichen Kabel für zu Hause genommen, da dort ja eh nicht so viel durchfließen muss. Die einzige Schwachstelle bei mir ist lediglich das Kabel, das ich später für den Laptopanschluss umfunktioniert habe. Das müsste eigentlich noch dicker werden. Aber das habe ich vorerst zum Testen mal dünn gelassen. Wenn ich meinen Laptop betreibe, bin ich ja eh da und kriege es mit, wenn irgendwas passiert. Aber ich habe bereits bemerkt, dass wegen des dünnen Kabels ein Stromverlust stattfindet. Es wird zwar nicht warm, dennoch ist das nicht gut. Das Kabel müsste definitiv dicker sein. Das kommt dann bei mir spätestens nächstes Jahr, wenn ich noch zusätzliche Batterien dazu hole. Da wir gerade bei den Kabeln sind, noch ein kleiner, aber wichtiger Hinweis, der mir gerade einfällt. Im Auto dürfen ausschließlich mehr drähtige Kabel verbaut werden. Die erkennt man daran, dass wenn man sie durchschneidet, dann kommen einem viele kleine dünne Drähtchen entgegen. Im Haus werden meistens massive Kabel verbaut, weil sie günstiger sind. Doch im Auto geht man davon aus, dass sich alles bewegt, sodass diese massiven Kabel irgendwann brechen könnten. Oder kleine Haarrisse bekommen, was dann auch eine Brandgefahr darstellt. Also das ist tatsächlich vorgeschrieben, unbedingt im Auto nur mehr drähtige Kabel verwenden. So, einmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ah ja, noch ein interessanter Aspekt zum Thema Strom. Was ich am Anfang nicht wusste und mit der Zeit lernte, ist das Betreiben von mehreren Solarpaneln. Das ist so grundsätzlich natürlich gar kein Problem. Aber was man unbedingt wissen sollte, ist, dass wenn man mehrere Solarpanel hintereinander miteinander verbindet, also in Reihe schaltet, dann addiert sich die Voltzahl des Stroms, die am Ende herauskommt. Wie bei mir zum Beispiel, ich habe drei 12 Volt Solarpanel, am Ende kommen also 36 Volt raus. Da muss man dann am Ende darauf achten, dass der Laderegler für diese Voltzahl auch ausgelegt ist. Doch die meisten Laderegler können eine ganze Bandbreite von Spannungen aushalten, zum Beispiel 12 bis 60 Volt oder sowas. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wenn ihr mehrere Solarpanel benutzt, solltet ihr die immer in Reihe schalten. Denn je nachdem, wie viel Schatten ihr auf den einzelnen Paneelen vorfindet, könnte jeder Solarpanel eine andere Voltzahl an den Laderegler weitergeben. Wenn ihr in dem Fall die Paneele parallel geschaltet habt, wird der Laderegler sich nur auf den Paneele mit der höchsten Voltzahl konzentrieren. Die anderen Paneele werden quasi ignoriert. Also kriegt ihr dann auch nur viel weniger Strom in eure Batterie rein. Also immer schön in Reihe schalten. Das ist viel, viel besser. Ja, und das war es eigentlich so ziemlich. Es gibt zwar noch viele andere Minitipps, aber das kommt immer auf den Einzelfall an, ob das jetzt nützlich ist oder nicht. Mit dem Wissen, das hier übermittelt wurde, findet man die Tipps dann aber in der Regel auch selber raus. Ich zum Beispiel habe ein Ladegerät für meinen Laptop, der mit 12 Volt betrieben wird. Der ist extra für diese Autosteckdose gemacht worden. Damit spare ich mir zum Beispiel den Inverter mittendrin. Oder, wie ich in einem meiner Videos bereits erwähnt hatte, habe ich eine Lampe direkt an die Solarpanel angeschlossen, damit ich morgens langsam von der Lampe geweckt werde, die zeitgleich mit dem Sonnenaufgang hell wird. Oder noch eine sehr coole Sache ist, ich habe irgendwann rausgefunden, dass ich einen Router habe, der ebenfalls mit 12 Volt Gleichstrom betrieben wird. Und der hat so einen Antennenanschluss, sodass ich ganz leicht eine super stabile Internetverbindung für mein Auto installieren konnte. Das sind alles solche kleinen, kreativen Kleinigkeiten. Wie gesagt, wenn ihr euch mit dem Thema richtig auskennt, dann fallen euch solche Sachen halt schnell auf. Wie gesagt, das kommt immer dann auf den einzelnen Spezialfall an. Es gibt garantiert viele Sachen, die ich nicht kenne. Falls du jetzt schon so eine Idee hast oder irgendwelche Fragen hast, dann schreib es mir in die Kommentare. Ich lese alles gerne durch und versuche, allen zu helfen. Ich wäre auch sehr interessiert daran, wenn dir irgendetwas eingefallen ist, was ich bisher noch nicht gesehen habe. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich dir viel Spaß beim Ausbau bzw. auf deinen Reisen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und man sieht sich vielleicht unterwegs. Ciao!